Ich habe ein Bett! Okay, hey Leute, ich sitze in meiner Wohnung. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich, dass ich das sagen kann. Ich muss erst mal runterkommen, aber das ist das erste Video, was ich in meiner neuen Wohnung drehen werde. Das ist nicht die Roomtour, weil noch nicht alles fertig ist und hier noch Kartons stehen. Ja, aber ich will endlich ein Video drehen und ich habe gerade so Lust dazu. Ich würde sagen, fangen wir an. Ich entschuldige mich schon mal, wenn es irgendwie heilt oder ihr den Kühlschrank hört, weil der Kühlschrank ist gerade sehr laut. Ich weiß auch nicht warum. Und hier stehen halt noch nicht so viele Möbel drin, deswegen kann es sein, dass es halt. Aber ich hoffe, mein kleines Baby-Mikrofon da oben kriegt das hin. Ja, worum geht es im heutigen Video? Das Video wurde inspiriert von Melina Sophie. Und zwar wissen es vielleicht manche von euch, dass im Juni jetzt der Pride Month ist. Also der Monat, in dem die ganze LGBT-Community feiert, wie toll sie doch sind und in dem halt mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Thema gelenkt wird. Was ich auch auf jeden Fall gut finde. Super, also nichts dagegen. Aber ich fand die Idee von Melina Sophie super, nämlich auch mal zu zeigen, hey Leute, es ist nicht alles so geil. Noch lange nicht. Es gibt viele Sachen, die scheiße sind daran, zum LGBT-Club zu gehören oder eben nicht hetero zu sein. Es gibt Dinge, die einen immens stören, sehr aufregen. Und auf meinem Kanal wird ja auch viel immer positiv dargestellt. So, es ist alles, irgendwie geht alles. Ich bin ja auch ein positiver Mensch, deswegen ist es natürlich, dass Videos auch positiv sind. Aber ich möchte in diesem Video auch mal ansprechen, welche Dinge mich denn stören oder was ich denn schlecht daran finde, gay zu sein. Ich nehme jetzt auch das Wort gay, weil ich finde, das umschreibt alles. Ich mag das Wort lesbisch nicht, ich mag das Wort bi nicht, weil das irgendwie auch nicht passt. Ich mag das Wort homosexuell nicht so sehr im Zusammenhang mit mir. Deswegen sage ich jetzt einfach auch gay. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, den ich nicht ganz so gerne mag, daran, dass ich nicht hetero bin. Ich habe hier zwei Punkte aufgeschrieben, die aber eigentlich einer sind. Zum einen, viele Menschen denken immer noch in Rollen-Klischees und du siehst ja gar nicht so aus. Von wegen, du siehst ja gar nicht lesbisch aus oder du siehst ja gar nicht so aus, als wärst du mit einer Frau zusammen. Das sind eben diese Rollen-Klischees oder diese Klischees allgemein, von wegen, man muss so aussehen, wenn man nicht hetero ist. Es gibt das mit kurzer Haare, Jungs-Klamotten, nicht schminken, all sowas. Da haben ja David und ich schon ein Video dazu gemacht, zu Vorurteilen gegenüber Homosexuellen. Aber ich muss das hier nochmal ansprechen, im Zusammenhang von, es gibt immer Menschen, die diese Vorurteile haben und die sie auf dich beschränken, die dich dann ständig fragen, ja hey, warum bist du das jetzt? Du verhältst dich ja gar nicht so, du siehst nicht so aus. Darauf folgt, wenn ihr in keiner Beziehung seid und auf der Suche nach einem Partner seid, dann wird das sehr schwer sein, weil viele eben davon ausgehen, dass man es euch ansehen muss. Das heißt, wenn ihr feminin ausseht, werdet ihr von den meisten Leuten als hetero angesehen. Was wirklich ein Problem in der Partnersuche ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn ich jetzt Char nicht hätte. Also erstmal, Char sieht ja auch total hetero aus und ich würde mich selbst jetzt auch nicht so beschreiben, dass ich jetzt die Klischee-Lesbe bin, wie sie im Buche steht oder wie sie in manchen Serien gezeigt wird. Deswegen hat man erstmal dieses Problem, erkannt zu werden, auch untereinander. Also es gibt zwar immer die Rede von dem Gay da, aber ich würde nicht behaupten, dass ich den habe. Ich habe mich da letztens, das muss ich dann anders mal erzählen, richtig hart blamiert, weil ich dachte, ich hätte einen richtig harten, super guten Gay da und dann war die Person hetero und das war sehr peinlich. Aber ja, wisst ihr, was ich meine? Eben dieses, man wird ständig in irgendwelche Klischees reingedrängt oder ständig gefragt, warum man denn diesen Klischees nicht entspricht. Das stört mich einfach. Dann eine Sache, die jetzt vielleicht ein bisschen ernster ist und die mich persönlich auch sehr traurig macht. Denn das war einer der Gründe, warum ich am Anfang gesagt habe, okay, nein, ich möchte nicht homosexuell sein oder ich möchte nicht auf Frauen stehen. Ich möchte eine Familie haben. Ich möchte Kinder haben. Ich liebe Kinder. Es geht nur Mann und Frau und ein Kind von meinem Mann und mir. Und das war lange Zeit ein Punkt, der sich eben so dazwischengestellt hat zwischen mich und mein inneres Coming-out vor mir selbst, weil ich das nicht wollte. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich es sehr traurig finde, dass es noch nicht möglich ist oder eigentlich, ich denke mal, auch in nächster Zeit nicht möglich sein wird, dass zwei Frauen ein Kind zeugen können. Also wisst ihr, dass von Char Anteile an diesem Kind sind und von mir, dass man zusammen ein Kind hat. Klar, eine von uns kann ein Kind kriegen, die andere adoptiert ist. Aber dann ist es immer, hat das Kind immer nur Bestandteile von einer Person. Ich weiß nicht, ob ich mich da auf hohem Niveau aufrege. Wenigstens kann eine von uns ein Kind bekommen und nicht wie bei zwei Schwulen, die müssen, da geht ja eigentlich fast nur die Adoption oder über eine Leihmutterschaft, aber das ist auch nicht erlaubt. Ja, also wir haben noch mehr Optionen, aber ich finde es trotzdem ungerecht, dass wir halt einfach nur, weil wir zwei Frauen sind, nicht das Gleiche machen können wie ein Mann und eine Frau. Da ist es einmal, hopp, man springt in die Kiste und entweder klappt es dann beim ersten Mal oder beim zehnten Mal, dann ist man schwanger und dann kriegt man ein Kind zusammen. So, nein, bei uns läuft das Ganze so ab, dass wir erstmal schön viel Geld zahlen dürfen. Pro Versuch kostet das Ganze nämlich 1000 Euro. Also ich rede jetzt von künstlicher Befruchtung. Das klappt aber nicht beim ersten Mal. Das macht man dann öfter und keine Ahnung, es gibt so viele Komplikationen, man muss dauernd zum Arzt, man verliert so viel Zeit und so viel Geld. Und das finde ich einfach unfair, weil gerade Leute, die wirklich ein Kind sich wünschen, die dann auch dafür gut sorgen würden, warum wird es einem so schwer gemacht? Auch bei der Adoption. Da rede ich jetzt mal gar nicht drüber, das hatten wir ja schon in dem Homo-Ehe-Video, wie schwer es einfach ist für ein homosexuelles Paar, ein Kind zu adoptieren. Und das ist eine Sache, die mich immer noch sehr aufregt, die mich immer noch sehr traurig macht, dass Chao und ich zusammen nie ein Kind haben werden, wo wir sagen können, ach, das hat deine Augen und das hat das von dir. Versteht ihr? Ich weiß, man kann einem Kind so viele andere Sachen noch mitgeben, wenn man es erzieht. Über Erziehung kannst du auch richtig viel machen, auch wenn du ein Kind adoptierst, kannst du von beiden Leuten ihm Sachen mitgeben. Aber vielleicht versteht ihr mich, dass es eben nicht zu 100% so ist, als wäre es von uns beiden zusammen biologisch ein Kind. Ja, vielleicht versteht ihr das auch nicht, aber mich stört es eben. Oh, jetzt ein Punkt, weswegen oder der zum Teil auch ein Grund ist, warum ich nach Frankfurt gezogen bin. Gerade in kleinen Städten wird man immer wie ein Alien angeschaut. Ich habe hier meinen Haargummi zwischen den Fingern, ich spiele immer damit um. Egal. Wird man immer wie ein Alien angeschaut, man fühlt sich unterbewusst nie 100% sicher und macht sich über alles Gedanken. Egal, ob man sich küsst, Händchen hält und so weiter. Also für die von euch, die hetero sind, ich beschreibe das mal so. Ihr wacht morgens auf und habt einen richtig dicken, fetten Pickel auf der Lippe, auf der Stirn, irgendwo im Gesicht. So. Ihr seht diesen Pickel, er tut weh, er pocht, ihr spürt ihn die ganze Zeit. Ihr geht raus, ihr müsst in die Schule. Ihr denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, alle sehen diesen Pickel, ihr versucht ihn irgendwie zu verdecken, aber im Gesicht geht das nun mal nicht. Ich meine, ihr könnt euch eine Mütze aufsetzen, aber ihr wird irgendwie immer sichtbar sein. Und ihr spürt die Blicke, so von wegen, also man guckt halt einfach, wenn jemand da einen Pickel hat. Man redet da nicht drüber, sondern denkt sich vielleicht eher, oh der Arme, aber man guckt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, würde ich mal sagen. Wenn ich mit Char rumlaufe, in einer kleineren Stadt, dann fühle ich mich so, als hätte ich einen Pickel auf der Stirn. Nicht, weil ich das als etwas Schlechtes empfinde oder weil ich mich dafür schäme, sondern weil ich ständig diese Blicke spüre, immer unterbewusst diese Unsicherheit habe, von wegen, ja, könnte da jetzt jemand dumm gucken, könnte mich da jetzt jemand sehen, den ich kenne, den ich nicht mag und der dann etwas gegen uns hat oder gegen uns sagt oder später mit anderen darüber redet, dass er uns gesehen hat. Das sind so, gerade in kleinen Städten ist es halt so, über dich wird immer geredet, jeder weiß über jeden Bescheid und das kotzt mich sowas von an, wirklich. Weil was wäre, wenn ich einen Freund hätte? Gut, dann würde auch geredet werden, oh, Alicia hat jetzt einen Freund, ist auch in der Kleinstadt, ist das genau so ein Thema, aber nach einer Woche wüssten dann alle Bescheid, fertig. Und so ist es halt jedes Mal aufs Neue. Ich fühle mich mittlerweile schon wohler, aber es geht halt nicht weg. Ich glaube, Char kommt damit besser klar, ich weiß auch nicht, was bei mir los ist, aber gerade in kleinen Städten oder gerade in meiner Heimatstadt fühle ich mich nicht wohl, mit ihr da rumzulaufen. Ich kann es nicht ganz erklären, warum, aber es stört mich, dass ich nicht einfach 100% normal mich verhalten kann, sondern immer im Hinterkopf was habe und immer diesen Pickel spüre, so, um mal wieder zur Metapher vom Anfang zurückzukommen. Und ja, in Großstädten ist das einfach nicht so. Also ganz krass ist es in London. Jeder, der schon mal in London war, kann mir da zusprechen, wie auch immer. Weil, ich habe noch nie so eine tolerante Stadt erlebt. Also ohne Witz, kein einziger Blick. Ich habe natürlich trotzdem geguckt, ob Leute schauen. Kein einziger Blick. Ich habe so viele Couples auf der Straße gesehen, so viele Männer und Frauen, die glücklich zusammen waren, die von niemandem angeschaut wurden und das total normal war. Und ich meine, gut, über 8 Millionen Einwohner, da ist es einfach irgendwie klar, dass es normal ist, weil die Leute sind alles gewöhnt. Die sind viel krassere Dinge gewöhnt. Oder auch hier in Frankfurt, klar, da gucken auch mal ein paar, aber nicht so viel und du kennst die Leute halt nicht. Das ist was ganz anderes. Du bist mit viel mehr Abstand zu denen und ja, jetzt habe ich so ewig geredet, aber das ist eine Sache, die mich stört. Das ist das Tolle an Großstädten, aber es sollte eben auch in kleineren Städten schon so weit sein. Ein Punkt, den ich auch mittlerweile sehr schlimm finde daran, zum LGBT-Bereich zu gehören und ich denke, da können mir viele von euch zustimmen, man muss sich outen. Also egal, was ihr mir jetzt erzählt, es gibt diese Phase in dem Leben von einem LGBTQ-Plus-Menschen, dass er sich anderen Menschen anvertrauen muss, was seine Sexualität angeht oder dass er eben die Freundin präsentiert oder den Freund und dann komische Blicke erntet. Dieser Outing-Prozess ist so belastend, zumindest für die meisten von uns und man hat einfach in seiner Jugend, in der man sowieso schon so viele andere Probleme hat, mit so etwas Großem zu kämpfen. Ich glaube, wenn das bei mir nicht so wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, in der es komplett egal ist, dann wäre meine Schulzeit sehr anders verlaufen. Ich wäre viel schneller und früher selbstbewusst geworden, wäre nicht so schüchtern gewesen, hätte mit mir selbst, wäre ich einfach besser klargekommen, hätte nicht so vieles hinterfragt, hätte nicht so viele Stunden allein in meinem Bett gelegen und mir Gedanken über weiß Gott was gemacht. Es ist einfach, ich weiß nicht, also dass man heutzutage immer noch damit, oh, der Kühlschrank ist leise. Oh. Dass man sich heutzutage einfach immer noch so viele Gedanken darüber machen muss oder so vielen Leuten das erklären muss und es hört ja nicht auf. Ihr outet euch ja nicht einmal und dann ist es fertig. Nein, jede neue Person, die ihr kennenlernt, irgendwann geht das Thema immer auf Beziehungen oder in wen bist du verliebt. Also ihr kennt das ja und ihr müsst euch einfach immer wieder outen und immer wieder erklären, immer wieder die gleichen Fragen. Ich beantworte diese Fragen ja auch gerne, aber so das 15. Mal oder das 20. Mal ist es dann irgendwann auch genug und ich weiß nicht, also ich kläre wirklich gerne darüber auf, aber es ist einfach, man ist dann was Besonderes und das manch im negativen Sinne. Weil wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja in einem Gespräch so, ja hey und was ist bei dir so beziehungstechnisch? Ja, ich habe seit 1,5 Jahren einen Freund. Och wie schön, wohnt ihr denn zusammen? Was macht ihr so? Was studiert ihr? So, dann ist das Thema vorbei. Vielleicht kommt noch eine Frage, ja wie heißt er oder willst du ihn mal mitbringen? Fertig. Wenn ich aber sage, ich habe eine Freundin, oh mein Gott wie cool, ist jetzt also eine Beispielsreaktion, die natürlich super wäre und dann, ja wie ist das denn? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr schon zusammen? Und ist es komisch, mit einer Frau zusammen zu sein? Werdet ihr auf der Straße angeguckt? Und sag mal, wer ist eigentlich der Mann? Und, diese Frage oder, ich will jetzt nicht irgendwie intim werden, aber wie funktioniert bei euch der Sex? Ist das irgendwie besser? Oder, och zwei Frauen, du hast ja so ein Glück, ihr versteht euch ja so viel besser als Frau und Mann. Ich glaube, wir haben vielleicht andere Probleme. Also wir verstehen uns vielleicht auf anderen Ebenen, wo Mann und Frau sich nicht verstehen, besser. Dafür haben wir eben an anderen Stellen Probleme. Es ist nicht so, dass nur weil wir zwei Frauen sind, dass wir uns besser verstehen. Es ist halt, diese typischen Fragen sind im Gespräch jetzt dargestellt. Ich glaube, ich muss einfach mal so ein Gespräch mit Char nachspielen. So die typische Sätze, die sich LGBT-Leute anhören müssen oder vor allem zwei Frauen, die in einer Beziehung sind. Bei zwei Männern sind es dann vielleicht andere Fragen. Wenn ihr so ein Video mal sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann zwinge ich Char hier neben mich aufs Bett, weil mir fallen gerade so viele Sachen ein, die man ständig zu hören bekommt. Und ja, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist ein Punkt, der mich persönlich ja sehr bewegt oder sehr beschäftigt. Und zwar, es gibt viel weniger LGBT-Charaktere in Büchern, Filmen und Serien. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, von wegen, ja, es wird ja immer besser. Es gibt ja jetzt hier überall diese LGBT-Charaktere. Das finde ich super. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt auch die, boah, ist jetzt nicht mal genug, muss jetzt in jeder Serie eine scheiß Schwuchtel drin sein. Und ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, jeder dritte Mensch da draußen, es gab ja immer so eine Umfrage, sagen wir mal, jeder vierte Mensch da draußen ist nicht hetero. In einer Serie sind mindestens, mindestens vier Charaktere oder viel mehr. Dann ist doch klar, dass eine Person davon im LGBTQ-Bereich sein muss. Und das ist bei weitem noch nicht allen Serien so oder Filmen, gerade bei Filmen. Und, dass sich Leute dann direkt darüber aufregen, ja, jetzt wollen sie diese Klischees bedienen oder die Quoten-Schwarze, wird ja dann auch immer so gesagt, die Quoten-Lesbe ist jetzt dabei. Gut, in manchen Serien ist es vielleicht so, aber dann ist es mir auch egal. Dann finde ich es trotzdem gut, dass da so ein Charakter ist, weil ich kann mich damit identifizieren. Wir hatten das Thema ja schon mal, wenn ich ein Buch lese und da geht es um eine heterobeziehung, kann ich das gut lesen, ich kann da mitfühlen, aber es ist was ganz anderes, wenn ich ein Buch lese, in dem zwei Mädchen zusammenkommen. Einfach, weil ich damit mich noch mehr identifizieren kann. So war es jetzt zum Beispiel bei den Mund voll umgesagter Dinge. Das habe ich ja auch in den Himmel gelobt, aber so ist es nun mal. Es war ein super Buch. Und von solchen Sachen gibt es viel zu wenige. Es gibt viel zu wenige Bücher, Filme, bei Serien geht es, wie gesagt, die sich damit beschäftigen. Weil wir brauchen Identifikationsrollen. Jedes kleine Mädchen da draußen, das hetero ist, hat tausende, aber tausende, Millionen von Disney-Charakteren und Film-Charakteren, Buch-Charakteren, mit denen sie sich identifizieren kann. Wenn du jung bist, sagen wir mal elf, zwölf, und gerade entdeckst, dass deine Sexualität vielleicht ein bisschen anders ist, als die von deinen Freundinnen, ja, wen hast du denn dann? Das ist das Gute, dass wir YouTube haben, da gibt es ja einige, aber gerade bei Filmen und Serien oder vor allem Büchern sieht es schon sehr mau aus. Und das finde ich einfach schade. Wie gesagt, es wird besser, aber das ist so eine Sache, an der muss man auch noch arbeiten. Ich arbeite an der Filmesache. Das waren jetzt die Gründe, die ich eben nicht gut finde oder die Sachen, die ich nicht gut finde, daran, gay zu sein. Es gibt so viel mehr Sachen, die ich gut finde, die einem in gewisser Weise auch Vorteile bringen oder die einfach halt normal sind. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die störend sind, die einem viel erschweren, von diesem ganzen wir müssen für unsere Rechte kämpfen und so weiter jetzt mal abgesehen oder wir werden als was Besonderes, als eine Randgruppe angesehen. Aber das, was ich genannt habe, sind eben so die Sachen, die mich stören. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht zu wir geredet und konnte euch das irgendwie rüberbringen. Und wir sind hiermit am Ende angelangt, aber bleibt dran. Ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denn schlimm findet oder schlecht findet. Was würdet ihr gerne ändern? Was regt euch auf? Schreibt mir das, da können wir ja wieder so eine kleine Diskussion anfangen. Und wenn ich dieses Video hier hochlade, habe ich nur noch zwei Wochen Praktikum, Leute. Zwei Wochen, dann bin ich frei. Also von wegen, dann habe ich sehr lange Zeit Zeit, bis die Uni weitergeht. Und in der Zeit möchte ich mir so einen kleinen Videoplan erstellen, also welche Videos ich wann hochlade. Deswegen, falls ihr Wünsche habt, gerade was die LGBTQ&A-Reihe angeht, falls ihr da Fragen habt, gewisse Themen, die ich ansprechen soll, dann schreibt mir das auch. Schreibt mir das auch gerne an meine E-Mail-Adresse, die blende ich jetzt hier nochmal ein. Schickt da Anregungen hin, was auch immer, weil dann kann ich mir so einen kleinen Plan machen, wann ich was drehe, über was ich spreche und kann auch auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Und jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich werde jetzt zusammen mit Schaar kochen. Ja. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.